Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. WoW The Burning Crusade Classic wird kommen. Da ist sich die WoW Classic Community eigentlich relativ einig. Die Frage ist nur, wie wird die nächste Erweiterung kommen? Wird es quasi auf den aktuellen Servern weitergehen? Wird es neue Classic Server geben? Das ist die spannende Frage und der wollen wir uns in dem heutigen Video widmen. Blizzard selber hat vor ein paar Monaten eine Umfrage rausgehauen, wo sie uns, also die aktuelle WoW Classic Community, gefragt hat, wie wir uns denn eigentlich so gerne diesen Start oder den Übergang in WoW, quasi Burning Crusade Classic, vorstellen könnten. Und heute wollen wir uns diese Umfrage nochmal genau anschauen, die vier Antwortmöglichkeiten genau durchgehen, die Vor- und Nachteile davon debattieren und am Ende liegt es dann wieder an euch, mir in den Kommentaren eure Meinung zu sagen, wie ihr euch eigentlich WoW The Burning Crusade Classic am besten vorstellen könntet. Bevor wir mit dem Video starten, noch ein kleines Dankeschön von mir. Und zwar habe ich ja im letzten Video gesagt, dass 79,8% der Zuschauer hier auf dem Kanal, die meine Videos schauen, gar keine Abonnenten waren. Mittlerweile haben wir die Zahl schon ein bisschen reduzieren können. Mittlerweile haben wir nur noch 76,2% Zuschauer, die keine Abonnenten sind. Von daher vielen, vielen Dank auf jeden Fall an diejenigen, die auf meinen Aufruf eingegangen sind und abonniert haben. Und alle weiteren sind natürlich auch sehr, sehr herzlich dazu eingeladen. Das würde mir wirklich sehr weiterhelfen. Und jetzt fangen wir direkt mit dem Video an. So, schauen wir uns also mal die Umfrage genauer an und wir fangen direkt mit der ersten Option an. Übersetzt würde das ungefähr bedeuten, die aktuellen Classic-Server, auf denen ihr gerade spielt, erhalten die TBC-Erweiterungen und man kann seine Chars auf neue Classic-Server transferieren. Diese neuen Classic-Server sind dann wahrscheinlich auf Naxxramas Niveau, würde ich vermuten. Frische Server würden für transferierte 60er ja keinen Sinn ergeben. Zudem ist unklar, erhält jeder aktuelle Classic-Server dann einen entsprechenden neuen Ziel-Classic-Server. Also könnte ich von Patchwork-Classic dann nur auf Patchwork-Classic transferieren oder wird man eben eine neue Classic-Server-Familie errichten von, keine Ahnung, zum Beispiel fünf deutschen Servern und wo dann eben alle aus der Region hin transferieren können. Wenn das der Fall wäre, müssten sich quasi in Classic neue Server-Communities bilden, weil die Server eben zusammengelegt werden und bei dieser Methode würde sich ebenfalls nicht die Möglichkeit geben, dass man die Spieler von zunehmend leeren Classic-Servern auf neuen Burning Crusade-Servern sammeln könnte. Weil ja eben die bestehenden Server, die Erweiterung bekommen. Das bedeutet quasi, viele Spieler würden einfach weiter auf ihren aktuellen Servern bleiben natürlich und Server wie Lucifon oder Hardstriker, die würden natürlich genauso unausgeglichen eben auch in Burning Crusade sein. Das ist quasi einer der Nachteile von dieser ersten Möglichkeit. Lediglich für die Spieler, die in Classic bleiben wollen, würde sich bei komplett neuen Classic-Servern die Chance bieten, die fragmentierte Spielerschaft auf ein paar neue Classic-Server zu bündeln. Das Schöne an der Lösung wäre, auf den ersten Blick wäre sie sehr nah dran an der Burning Crusade-Erfahrung von 2006 und habe ich auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie sich gerne diese erste Lösung hier wünschen würden. Und die Server-Communities bleiben ja auch vollständig in Burning Crusade erhalten. Das heißt, ihr geht ja quasi wirklich mit eurem Server einfach in Burning Crusade rein. Da sich die Spieler-Mentalität jedoch in all den Jahren stark verändert hat, siehe World of Meta und da habe ich ja auch schon einige Videos zu dem Thema gemacht, blende ich hier auch nochmal ein, sollte sich bei dieser Methode aufgrund der enormen Vorbereitungen der Spieler, was das Anhäufen von Gold, Materialien und so weiter für Burning Crusade angeht, jedoch davon ausgegangen werden, dass sich der TBC-Launch letztlich völlig anders seit 2006 anfühlen wird. Das heißt, bei der Methode hier vermuten wir wieder, oh okay, es wird genauso wie damals, weil wir es genauso machen. Durch die andere Mentalität wird es dann aber vielleicht ein völlig anderer Launch. Denn genau dieses Vorbereiten auf die Erweiterung wäre bei dieser Option einfach am einfachsten und der TBC-Launch wird durch die ökonomischen Veränderungen hier vielleicht sogar quasi überhaupt nicht so wie damals. Eben weil ja keinerlei Transfer zu Burning Crusade stattfindet, sondern alle mit allem, was sie aktuell haben, in Burning Crusade auf ihrem aktuellen Server reingehen können. Für Spieler, die kein Classic gespielt haben, aber gerne in Burning Crusade durchstarten wollen, ist dieser Weg natürlich der ungeeignetste. Während Classic-Veteranen mit massiven wirtschaftlichen Vorteilen in die Erweiterung reingehen würden, starten sie quasi bei Null und ob sich da viele darauf einlassen würden, ist sehr, sehr fraglich. Diese Option würde vor allem die Spieler abholen, die gerne Classic gespielt haben, sich aber eben auch auf Burning Crusade freuen und kein Problem damit haben, wenn die Classic-Server-Communities ein Stück weit verloren gehen würden. Dieser Weg würde sich zudem von diesem Starren nur eine Erweiterung pro Legacy-Server-Konzept ein bisschen abkoppeln und eben das Aufspielen von Erweiterungen auf bestehende Classic-Legacy-Server einführen. Die Classic-Server wären damit also keine in sich geschlossene, abgeschlossene Welt mehr, sondern anscheinend laut der Philosophie von Blizzard dann offen für neue Erweiterungen. Und bei diesem Prinzip wäre es dann durchaus möglich, dass die Server, wenn sie dann quasi den Burning Crusade-Content durchlaufen haben, eben auch irgendwann mal in die WOTK-Welt gehen würden und man dann eben wieder die Möglichkeit hätte, seine Chars auf speziellen Burning Crusade-Servern abzuspeichern. Es würde sich also eine Server-Familie etablieren, die gleichzeitig zu Retail-WOW eine Art Progression erfährt und weitere WOW-Versionen aufgespielt bekommt. Und naja, ob Blizzard oder die Spieler, ob wir das wirklich wollen, ist auch sehr fragwürdig. Die aktuellen Server würden immer jeweils auf die nächste Erweiterung übergehen. Man kann seine Chars immer nur auf Nebenservern abspeichern. Und da weiß man auch nicht so genau, was man dann da eigentlich mit diesen Charakteren noch so wirklich machen soll. Denn neuer Content würde ja dann auch nicht mehr kommen. Ob das so ein sinnvolles Legacy-Server-Konzept ist, ist auch fragwürdig. Letztlich würde man die Progression durch die Erweiterungen, die noch sehr beliebt waren, wie Burning Crusade oder WOTK, hindurch von der Relevanz her über den Erhalt der jeweiligen WOW-Versionen in Form von geschlossenen Legacy-Servern stellen. Das heißt, es würde quasi nicht so wichtig sein für Blizzard, dass man einfach diese Erweiterungen auf eigenständigen Servern perfekt abspeichert, sondern es ist dann irgendwie schon wichtiger, dass die Leute eben von einer Erweiterung, obwohl die auch schon so lange her sind, trotzdem eben noch in die nächste Erweiterung gehen können. Und dann stellt sich letztendlich die Frage, warum man dann überhaupt damit angefangen hat, ältere WOW-Versionen anzubieten, wenn deren Zweck nur darin bestand, am Ende dann doch wieder in aktuelleren WOW-Erweiterungen wie Burning Crusade oder WOTK zu münden. Kommen wir zur zweiten Option. Übersetzt heißt hier so viel wie, es kommen komplett neue Burning Crusade-Server, auf denen man mit Level 58 mit neuen Chars startet. Bei dieser Möglichkeit würde man mit dem Start auf Level 58 komplett neue TBC-Server-Communities ermöglichen. Bisherige Problem-Server wären in TBC dann kein Problem mehr. Zudem würde man hier auch Spiele anlocken, die kein Classic gespielt haben und explizit auf TBC warten. Zudem entfallen alle wirtschaftlichen Probleme, da die Spieler weder Gold noch Materialien mit nach Burning Crusade reinnehmen können. Diese Option würde einen gleichen Start für alle ermöglichen, niemand geht mit irgendwelchen Vorbereitungen in die Erweiterung rein. Und dieses World First Race auf Level 70 hätte wieder so eine richtig interessante Bedeutung, finde ich, wenn man einfach von Level 58 quasi alle starten auf dem gleichen Niveau. Es wäre wieder so ein bisschen Hype, wie eben auch im Classic-Launch vorhanden, denke ich mal. Und viele neue Spieler werden wahrscheinlich dadurch auch wieder angelockt. Und es ist durchaus möglich, dass Blizzard genau diesen Hype erzeugen möchte, um möglichst viele Spieler zurück zum Abonnement zu führen und hofft, dass diese Spielermassen letztendlich dann auch wieder Retail-WOW kaufen bzw. anspielen werden. Denn dieses Phänomen haben wir auch bei Shadowlands zum Beispiel gerade gesehen. Sehr viele Spieler sind mit WOW Classic zurück ins Abonnement gekommen und spielen mittlerweile wieder Retail-WOW. Und Blizzard hat auch den Hype auf Twitch und auf Social Media und, und, und. Wahrscheinlich nicht vergessen von WOW Classic und wäre wahrscheinlich schon relativ interessiert daran, so einen Hype auch wieder für Burning Crusade zu bekommen. Einer der wesentlichen Nachteile dieser Option wäre vor allem, dass die aktuellen Classic-Server-Communities kaum eine Möglichkeit haben, geschlossen in Burning Crusade weiter zu existieren. Sicherlich würden sich etliche Gilden und andere Gruppen absprechen, auf welchem TBC-Server man dann gemeinsam auf Level 58 starten würde. Die gesamte Classic-Server-Community eines Servers aber wird man jedoch kaum geschlossen auf denselben neuen Burning Crusade-Server bekommen. Auf der anderen Seite sind sowieso fast alle Server und Gilden intensiv über Discord-Server vernetzt und eventuell ist es doch möglich, große Bereiche einer Classic-Community ebenfalls auf einem gleichen TBC-Server wieder zu vereinen. Ein weiterer Nachteil dieses Nicht-Vorhandenseins, des gemeinsamen Hineinschreitens eines bereits bestehenden Classic-Servers in die TBC-Erweiterung sind natürlich der Wegfall einer gemeinsamen Server-Geschichte. Sprich, die Spieler, die sich auf einmal in den Outlands begegnen, auf diesem neuen TBC-Server, wo sie eben mit Level 58 gestartet haben, haben eben keine gemeinsame Vergangenheit in Classic. Man sieht größtenteils, natürlich, man wird einige schon auch wiedererkennen, aber man sieht größtenteils quasi keine alten Gesichter aus Classic, sondern die Outlands sind eine komplett neue Welt mit neuen Freunden und Feinden. Dieses Phänomen hat interessanterweise auch auf einigen Burning Crusade-Privatservern, die es vor einigen Jahren schon gab, dazu geführt, dass sich die Server bereits nach einigen Monaten eigenartig fremd angefühlt haben, fast schon leer. Und dies könnte aber auch so ein bisschen an dem damaligen Umfeld der Privatserver gelegen haben, welches halt auch einfach oft von so einer Art Instabilität einfach geprägt war. Und es war einfach alles viel anonymer. Falls sich Blizzard dazu entscheiden sollte, dass Draenei und Blutelfen bei jeder dieser vier Optionen von Level 1 starten müssen, was eigentlich gar nicht so schlecht wäre, weil die sehr, sehr schöne Startgebiete bekommen haben, dann wäre diese zweite Möglichkeit hier immerhin die, wie ich finde, zweitbeste Lösung für die Spieler, die einen Paladin auf der Hornseite oder einen Schamanen auf der Allianzseite beziehungsweise einfach Blutelfe oder Draenei spielen wollen. Denn wenn alle anderen Spieler neu auf Level 58 anfangen müssen, dann fällt es sicherlich vielen viel leichter zu sagen, okay, vielleicht fange ich dann halt bei Level 1 an, meine Güte, in ein paar Wochen habe ich die anderen eingeholt. Wenn alle anderen jedoch auf Level 60 in intakten Gilden mit Unmengen Gold und Materialien starten, dann sagt sich der eine oder andere, okay, die hole ich sowieso nie ein, das lasse ich lieber bleiben. Kommen wir zur dritten Option. Es kommen komplett neue Burning Crusade Server, auf denen man mit Level 1 starten kann. Diese Möglichkeit würde die, ja eigentlich gleichberechtigste Option darstellen, da auch Spieler, die einen Blutelfen oder Draener spielen möchten, auf dem gleichen Level wie alle anderen starten würden. Beside denn natürlich, Blizzard würde beim Start mit Level 58, also bei der Option von eben, dies ebenfalls für Blutelfen und Draenei ermöglichen. Genauso wie bei Option 2 würden so komplett neue TBC-Server-Communities entstehen und aktuelle Server-Fraktionsungleichgewichte wären egal und es würde keinen wirtschaftlichen Probleme beim Burning Crusade Start geben, weil sich keiner quasi drauf vorbereiten kann und neu anfängt. Die maßgebliche Frage bei dieser Option wäre allerdings, sind die Spieler, die bereits in Classic mehrere Chars auf Level 60 gelevelt haben, wirklich dazu bereit, für Burning Crusade nochmal komplett von vorne zu leveln? Und sind wiederum die Spieler, die kein Classic gespielt haben, aber wirklich heiß auf Burning Crusade sind, dazu bereit, auch durch die 60er-Welt nochmal zu questen, nur um die Outlands so schnell wie möglich zu erreichen. Das heißt, man hätte bei der Möglichkeit eigentlich, ja für beide Spielergruppen nicht unbedingt eine ideale Möglichkeit, wie man in Burning Crusade starten könnte auf den ersten Blick. Nun könnte man dies jedoch auch als Vorteil betrachten, denn im Gegensatz zum Start auf Level 58, wo die Classic-Welt ja komplett links liegen gelassen wird und man direkt in den Outlands startet, würden die Spieler nun gezwungen sein, zumindest für die Level-Reise von 1 auf 60, die Classic-Welt erneut zu beschreiten. Rufe könnten so auf natürlichem Wege gelevelt werden, wichtige Items und Quest-Gegenstände könnten besorgt werden. Die Server hätten zudem immerhin eine kurze gemeinsame Classic-Vergangenheit, einfach weil alle die Classic-Welt zum Leveln noch einmal durchqueren müssen. Dort wird man unweigerlich Bekanntschaften mit Freunden und Feinden machen, aber können diese drei bis vier Wochen Power-Leveling in der Classic-Welt eine eineinhalbjährige Progression während WoW Classic mit all seinen Phasen, Ranking, die Nightmare-Dragons, Akku-Opening und 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 ersetzen? Wahrscheinlich nicht. Und wie natürlich wäre diese Level-Erfahrung, wenn man doch wieder nur auf Biegen und Brechen möglichst schnell 60 werden möchte und so durch die Classic-Welt durchrushed, um so schnell wie möglich in den Outlands anzukommen. Macht es da nicht doch Sinn, gleich auf Level 58 zu starten? Seitens Blizzard könnten hier an mehreren Stellen die Alarmglocken klingeln. Classic-Spieler wollen eventuell nicht nochmal komplett neu leveln und reine Burning Crusade-Interessenten interessieren sich nicht für die Classic-Welt. Nicht alle, aber etliche werden dann wahrscheinlich sagen, du, das tue ich mir nicht nochmal an, du. Da bin ich nicht dabei. Und das möchte Blizzard natürlich unter allen Umständen vermeiden. Sie möchten natürlich möglichst viele Spieler auch wieder für Burning Crusade Classic an den Start bekommen. Trotzdem bietet der Start von Level 1 noch einen weiteren nicht unerheblichen Vorteil. Zum einen hätten es Bots und Goldfarmer deutlich schwieriger, in der TBC-Welt Fuß zu fassen. Und zum anderen wäre es auch für die Spieler deutlich schwieriger, neue Twings zu ziehen. Und gerade in Burning Crusade kann es langfristig ein enormer Vorteil sein, mehrere Level 60er für Berufe-Cooldowns am Start zu haben. Der Start auf Level 1 würde dementsprechend enorme Vorteile für die Server-Ökonomie bringen. Sehr wertvolle Errungenschaften wie das epische Flugmount wären deutlich schwerer zu erreichen, was weitere positive Effekte auf das gesamte Spiel hätte eigentlich. Zudem wären die Spieler stärker an ihre Klasse gebunden, da der Aufwand für ein 79er deutlich höher wäre. Dies würde Photum-Rerolling unterbinden, und die Community insgesamt solider machen. Also es ist quasi nicht jeder immer das schnell hochleveln würde, was in der aktuellen Arena-Season sehr stark ist und solche Geschichten. Zusammengefasst wäre der Start in Burning Crusade mit dieser dritten Option mit deutlich mehr Hürden verbunden und die Playerbase wäre deshalb eventuell etwas kleiner. Jedoch das Spielempfinden auf lange Sicht dann für diejenigen, die bereit sind, von Level 1 zu leveln, eventuell auch deutlich angenehmer. So kommen wir zur letzten und finalen Option. Die aktuellen Classic-Server bleiben so bestehen, wie sie sind und man kann seine Chars auf neue Burning Crusade-Server transferieren. Diese vierte Möglichkeit würde es ermöglichen, die Classic-Spieler auf neuen Burning Crusade-Servern zu vereinigen. Spieler auf Problem-Servern wie Lucifer oder Heartstriker könnten wieder auf TBC-Servern mit einem ausgeglichenen Faktionsverhältnis spielen. Es würden sich also auf den TBC-Servern neue TBC-Server-Communities bilden. Zudem stellt sich natürlich auch die Frage, wie ausgeglichen werden diese Server überhaupt sein, wenn dann sehr viele Leute quasi Horde anfangen wollen wegen Blutelf-Paladin oder generell wegen den Horde-Ratials in der Arena. Das ist auch sowieso generell bei allen Möglichkeiten eine Frage, weil immer dann, wo quasi ein komplett neuer Start ermöglicht wird, vor allem bei der zweiten und dritten Möglichkeit, ist natürlich auch das Potenzial sehr hoch, dass viele Leute in Burning Crusade sagen, okay gut, jetzt gehe ich Horde aus dem und dem Grund und während wir uns bei der ersten und bei der vierten Möglichkeit wahrscheinlich darauf verlassen könnten, dass viele Ali-Spieler Ali bleiben, weil sie eben Ali-Chars haben. Ein sehr, sehr positiver Aspekt von dieser vierten Möglichkeit im Vergleich zur ersten Möglichkeit wäre allerdings, dass diesmal ein aktiver Transfer auf die Burning Crusade-Server stattfindet. Und Blizzard genau beschränken kann, wie viel Gold, Materialien und Charaktere mitgenommen werden dürfen. Die Ökonomie der neuen TBC-Server würde bei weitem nicht so stark beeinträchtigt werden wie bei der ersten Option. Wichtige Errungenschaften in Burning Crusade wären zumindest ein Stück weit schwerer zu erreichen, hängt natürlich davon ab, wie viel Gold und so weiter man mitnehmen darf. Hier könnte man sich sogar an den ungefähren Goldmengen orientieren, welche die Spieler 2006 mit in Burning Crusade mitgenommen haben. Ihr wisst Leute, ohne Maraudern-Boosting und so weiter, da war es wahrscheinlich etwas weniger. Und dadurch vielleicht sogar einen Start in Burning Crusade hinbekommen, der dem von 2006 relativ ähnlich ist. Für Spieler, die gar kein Classic gespielt haben, ist diese Option etwas interessanter als Option Nummer 1, da die wirtschaftlichen Vorteile der Classic-Veteranen zumindest etwas abgemildert werden könnten. Trotzdem könnten die offensichtlichen Nachteile für viele TBC-Einsteiger eine zu hohe Hürde darstellen, um TBC Classic ernsthaft eine Chance zu geben. Zudem ist hier ebenfalls gar nicht klar, ob quasi zu jedem bestehenden Classic-Server die jeweiligen TBC-Server kommen werden. Also Vinoxis Classic würde einen Vinoxis-TBC-Server bekommen, wo man eben auch nur von Vinoxis hin transferieren kann, oder ob komplett neue Burning Crusade-Server kommen, wo man aus der kompletten Region hin transferieren kann. Das ist auch hier wieder noch nicht klar. Je nachdem, für welchen Weg man sich entscheidet, wird das natürlich auch wieder enorme Auswirkungen auf das Spiel am Ende haben. Die Classic-Server wiederum wären dazu verdammt, genauso zu bleiben, wie sie eben sind. Das bedeutet, hier würden die vorhandenen Fraktionsungleichgewichte bestehen bleiben. Also bei dieser Option hier, bei dieser vierten Option, gleichzeitig würden aber auch die Classic-Server-Communities bestehen bleiben, was sich ja eben viele auch wünschen. Die belebt und aktiv allerdings diese Communities ohne neuen Content langfristig sein werden, sei auch dahingestellt. Dieser Weg würde vor allem die Spiele abholen, die vorwiegend an Classic interessiert sind und ein ernstes Interesse daran haben, dass die aktuellen Classic-Server-Communities weitestgehend erhalten bleiben. Zudem würde man die Classic-Community hier ein Stück weit für ihre Mühen in Classic belohnen, indem sie ihre Charaktere, Errungenschaften, Mauns, Wertsachen und so weiter zumindest eingeschränkt, aber eben doch mit nach Burning Crusade mitnehmen könnten. Dieser Weg würde zudem die WoW-Version zudem klarer trennen. Classic bleibt Classic und Burning Crusade findet auf neuen Servern statt. Obwohl viele Spieler gerne ihre aktuellen Charts in Burning Crusade spielen wollen, so wollen eben auch viele, dass Classic an sich beschämen bleibt. Und diese Möglichkeit würde dies ein Stück weit ermöglichen. Es würde die Legacy-Server eindeutig dem Motto zuordnen, eine WoW-Version pro Legacy-Server. Dementsprechend würde auch WoTLK auf neuen eigenen Servern kommen und es entsteht eine eindeutigere Abgrenzung zur Progression in Retail-WoW. Wenn man die Charts allerdings tatsächlich transferieren muss, dann verlieren auch bei dieser Option die jeweils vorangegangenen WoW-Versionen bei jeder Erweiterung sehr viele Spielercharaktere. Daher ist auch hier die Frage, wie viele Classic-Spieler bleiben eigentlich übrig, wenn alle TBC-Interessenten auf die neuen TBC-Server transferiert haben? Ist dann überhaupt noch genug Leben in den aktuellen Classic-Servern? Oder ist dies auch wieder irrelevant, weil die Spieler sowieso unzählige 60er haben und nicht alle mit nach Burning Crusade nehmen wollen oder sogar dürfen? Doch werden die Spieler langfristig tatsächlich mehrere WoW-Versionen aktiv bespielen? Werden Spieler, die mit ihrem Main nach TBC transferiert haben, tatsächlich auf Classic-Servern aktiv bleiben, in denen kein neuer Content kommt? Machen Classic-Server überhaupt Sinn, auf denen kein neuer Content mehr kommt? Oder wäre es doch sinnvoller, wenn gleichzeitig mit den TBC-Servern auch komplett frische Classic-Server kommen würden, wo man die Classic-Reise wieder von vorne beginnen kann? Oder gibt es dafür jetzt keine Nachfrage mehr? Und ist es überhaupt der richtige Weg, einfach Burning Crusade bereitzustellen und die Classic-Welt sich selbst zu überlassen? Hätte man doch Classic-Plus-Inhalte bringen sollen? Vielleicht ist es ja sogar der langfristige Plan von Blizzard, die älteren Erweiterungen mit neuem Content zu befüllen, Aber erst nachdem eben Burning Crusade und W.O.T.K. erschienen ist, sind wir einfach zu ungeduldig? Eines ist auf jeden Fall sicher. Blizzard wird sich für einen Weg entscheiden und wir Spieler müssen am Ende damit leben. Wir können aber, wie auch bei Classic, zumindest teilweise dazu beitragen, dass Blizzard sich zumindest etwas nach unseren Bedürfnissen richtet. Und zwar indem wir in Umfragen, in Foren, im Spiel und auch hier auf Twitch, YouTube, Social Media unsere Meinung zur Zukunft von W.O.W. Classic Legacy-Servern kundtun und öffentlich mit anderen teilen. Und genau das könnt ihr jetzt in den Kommentaren machen. Ich bin gespannt und lese mir jeden einzelnen davon durch. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Ich freue mich auf die Endphase von W.O.W. Classic und auf die Zukunft in W.O.W. Burning Crusade oder was auch immer auf uns zukommen mag. Bis zum nächsten Video, euer Defiler. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020